Schon wieder ist was schief gelaufen, der Kunde beschwert sich. Wie geht man jetzt damit um? Genau darum geht es in diesem Video, wie gehst du mit Fehlern von deinen Mitarbeitern um. Viel Spaß dabei! So, willkommen zurück hier auf dem Kanal von A&M. Mein Name ist Marvin, mit dabei ist auch wieder der Alex. Und in diesem Video geht es darum, wie gehst du mit Fehlern von Mitarbeitern um. Du kennst mit Sicherheit die Situation, Mitarbeiter war beim Kunden auf der Baustelle oder in der Planung. Irgendwas ist schief gelaufen, auf der Montage beim Kunde ist irgendwas schief gelaufen. Und der Kunde beschwert sich jetzt und jetzt die Frage, wie gehst du jetzt damit um? Wie bringst du jetzt deinem Mitarbeiter das bei und wie bringst du diese Situation wieder in Ordnung? Das Erste, worauf ich erstmal eingehen wollen würde hier, ist bei dem Thema, das Thema Fehlerkultur. Also erstmal muss sozusagen in dieser Situation allen in deiner Firma klar sein, wie die Fehlerkultur in deiner Firma ist. Ja, ich kann das mal hier bei uns beschreiben oder also bei uns jetzt in der Agentur beschreiben, aber auch, wie wir das mit vielen unserer Partner sozusagen auch immer wieder besprechen, wenn sie mit solchen Fragen zu uns kommen. Ich sehe da ganz, ich sehe bei dem Thema zwei Punkte. Das eine ist erstmal, dass du klar machen musst, wie passieren diese Fehler und was ist, wenn Fehler passieren? Das musst du erstmal klarstellen in deiner Firma. Zum Beispiel bei uns in der A&M ist das ganz klare, die ganz klare Fehlerkultur so. Hey, Fehler können passieren. Wir sind auch, ja sozusagen jeden Tag arbeiten wir mit den Kunden zusammen und Fehler können auf jeden Fall passieren. Und immer wenn ein Fehler passiert, dann macht uns der ein Stück weit besser, weil dann merken wir eine neue Situation. Ja, kleine Anekdote dazu vielleicht mal. Wenn man in die Fliegerei schaut bei den Piloten, dann ist es da auch, da siehst du auch, da ist das Thema Fehlerkultur auch, hat auch einen ganz bestimmten Stellenwert. Denn immer wenn dort ein Fehler passiert, ist es nicht nur besonders tragisch, sondern ja, dort kommt ein Mensch oder Menschenmeere sogar ums Leben wahrscheinlich. Und dementsprechend ist dort in der Fliegerei das Thema Fehlerkultur besonders wichtig. Und was hat man dort gemacht? Immer wenn ein Fehler passiert ist, hat man sich überlegt, woran hat denn das jetzt gelegen? Oder woran hat es denn gelegen, dass die Person jetzt abgestürzt ist? Ja, man hat sich also erstmal angeschaut, okay, was ist passiert? Dann hat man überlegt, okay, wie können wir denn in Zukunft verhindern, dass das jemals wieder passiert? Und dann hat man sowas etwas wie die Checklisten erfunden. Und das hat dann sozusagen dafür gesorgt, dass man viel mehr Sicherheit in der Fliegerei bekommen hat. Jedes Mal, das erste Mal, als jemand vergessen hat, die Landeklappen auszufahren, hat man gesehen, oh, der hat ja beim Landen vergessen, die auszufahren. Gut, das müssen wir jetzt irgendwie vorher klären, dass der das vorher sozusagen beachtet, dass er es machen muss. Dann irgendwann hat jemand vergessen, irgendwie die Ölpumpe anzumachen oder den richtigen Druck zu haben. Dann hat man das draufgeschrieben. Dann hat jemand vergessen, die Vergaservorwärmung anzumachen. Dann hat man das draufgeschrieben. Und so, und darauf will ich auch hinaus, hat man eine lange Liste an Dingen gesammelt, bei denen Fehler, in dem Fall tödliche Fehler passieren können. Mittlerweile verändert sich diese Checkliste aber kaum noch. Und daran merkt man, und das wollte ich eben auch an dem Beispiel erklären, wir bei uns als Agentur, wir sind sozusagen, wir haben am Anfang natürlich auch viele Fehler gemacht. Aber unsere Checkliste, unser Fehlerkatalog, unser Fehlerbuch ist sozusagen auch schon relativ gut gefüllt. Und dementsprechend haben wir auch schon viele Fehler ausmerzen können. Ja, klar passieren hin und hier und da nochmal Fehler, die man so nicht vorhersehen konnte oder die eine besondere Konstellation hatten. Und ja, dann passieren wieder neue Fehler. Das ist dann aber wieder ein weiterer Fehler, der uns sozusagen vor dem tödlichen Absturz hilft. Ja, jetzt in dem Fall einer Kampagne, die jetzt vielleicht nicht optimal läuft oder in deinem Fall eine Baustelle, die nicht optimal bearbeitet wird oder wo ein Fehler passiert. Aber ich möchte gerne, dass du über diese Analogie so ein bisschen nachdenkst, weil jetzt ist ein Fehler plötzlich nicht etwas, wo ich was auf den Deckel bekomme, sondern eigentlich ist ein Fehler etwas, wo man gemeinsam sagen kann, hey, okay, krass, ist zwar mega blöd, dass das jetzt passiert ist bei dem einen Kunden, aber dieser eine Fehler ist jetzt trotzdem etwas für unsere Fehlerliste, für unser Fehlerbuch, für unsere Checkliste, wo wir einen weiteren Punkt Sicherheit dazu gewonnen haben, der uns als Firma in Zukunft noch stärker macht, weil dieser Fehler nicht nochmal passiert. Wir können deswegen nicht nochmal abstürzen. Und da schließt sich eigentlich der Kreis, weil dadurch entsteht auch eine Fehlerkultur, womit ich eben eingeleitet hatte, in der man sagen kann, hey, ein Fehler ist okay, dass er passiert, aber wir möchten auf jeden Fall ausschließen, dass da noch ein zweites Mal passieren kann. Und das machen wir eben, und ich habe es eben schon genannt, hier bei uns und auch in vielen unserer Partnerbetrieben eben mit Checklisten. Ja, man muss dazu sagen, eine Checkliste ist an der Stelle, wo die Sache wirklich abgehakt werden muss, natürlich immer sehr sinnvoll. Es gibt aber auch Aspekte, die gemacht werden müssen, die aber auch gar nicht mehr menschlich notwendig sind. Also bevor du eine Sache auf eine Checkliste schreibst, solltest du dich trotzdem immer kurz fragen, ist dieser Punkt überhaupt A, notwendig? B, kann ich den komplett automatisieren? Kann ich zum Beispiel sagen, anstatt dass der Mitarbeiter dem Kunden, wie das mal eine Mail schickt, geht die Mail automatisch vom System zum Beispiel raus? Weil dann habe ich noch eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter das mal falsch macht, weil selbst mit einer Checkliste sind es immer noch Menschen. Und Menschen beim Fliegen, glaube ich, da gibt es eine doppelt- und dreifache Checkliste, damit eben das sichergestellt ist. Und auch eine ganz andere Awareness natürlich dahinter, aber jetzt bei dir im Betrieb, du gibst den Leuten eine Checkliste und trotzdem machen die nur 80, 90, 95 Prozent der Sachen. Ja. Und die letzten 5 Prozent, ja, habe ich am Kopf. Da gibt es auch Möglichkeiten, das dem vorzubeugen, da gibt es auch Möglichkeiten, nachzuhalten, nur faktisch sind es immer noch Menschen, die werden auch immer noch mal einen Fehler machen. Die Idee ist nur, dass jeder Fehler möglichst so weit vorbereitet wird, dass er eigentlich nicht mehr, wenn man vernünftig arbeitet, passieren kann. Ja, genau. Und es geht in dem Video ja auch darum, wie du als Chef damit umgehst. Und ich finde, da hat das Handwerk auch ein sehr, sehr schlechtes Image, meiner Meinung nach, weil, klar, es gibt einen rauen Ton auf der Baustelle und im Betrieb vielleicht auch teilweise hier und da. Und ich finde, das Wichtigste ist einfach für dich jetzt als Chef auch, dass du wirklich diese Fehlerkultur vorlebst und sagst, gut, dass du jetzt nicht ausrastest, wenn ein Fehler passiert ist, ja, wenn jemand irgendwie was zu lang abgeschnitten hat oder irgendwie Material verhauen hat oder so, dass du jetzt nicht ausrastest, sondern, dass du dann halt, dass der erste Impuls wirklich ist, okay, es ist passiert, wie können wir es danach, wie können wir es in Zukunft verhindern? Und die Königsdisziplin ist, wenn nicht nur du das als Chef denkst und weißt, sondern auch deine Mitarbeiter darüber nachdenken. Ja, ich saß letztens hier mit ein paar meiner Teamkollegen in der Runde und dann haben wir auch über Sachen gesprochen, die passiert sind und dann meinte ein Kollege auch so, ja, und dann müssen wir halt gucken, wie wir da und da das in Zukunft verhindern, dass das passiert. Und da ist mir natürlich sozusagen als Teamleiter so ein bisschen auch das Herz aufgegangen, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe es geschafft, sozusagen diese Kultur hier zu implementieren, dass auch jeder darauf achtet, hey, dieser Fehler ist jetzt passiert, ist auch scheiße, aber wie können wir denn jetzt in Zukunft darauf achten, dass das nie wieder passiert? Und diese DNA sozusagen auch im Team zu haben, ja, bei allen deinen Leuten, die rausfahren, die im Büro arbeiten, die im Vertrieb arbeiten, dass die auch wirklich Bock haben, okay, es ist jetzt passiert, aber wie können wir es denn abstellen in Zukunft? Dass die auch ein wirkliches Interesse daran haben, diese Firma noch robuster zu machen, weil das ist am Ende das auch, was eine Firma stark macht, ist diese Sammlung aus vielen Fehlern, die passiert sind in der Vergangenheit, die man dann abstellt und die einen dann so stark machen, dass man halt besser ist als die Konkurrenz, weil man halt einfach daraus lernt. Das sagt man so leicht, aus Fehlern muss man lernen, ja, aber man muss auch wirklich dafür sorgen, dass die auch systematisch dann abgeschafft werden. Ja, du musst dir überlegen, wenn jetzt neue Mitarbeiter dazukommen, muss er die Fehler selber machen, um das zu lernen oder ist die Struktur so gut, dass er, wenn er dazukommt, einfach nur die Struktur befolgen muss und die Fehler dadurch nicht mehr macht? Weil die meisten sind eher in dem Status, ja, gut, er ist halt neu, ist ja klar, dass er es mal falsch gemacht hat. Nee, ist halt nicht klar. Wenn man eine gute Schulung hat, wenn man gute Checklisten hat, gute Abläufe hat, ja, durch Software zum Beispiel. Und sie ist am besten immer so, nimm die Verantwortung komplett auf dich. Entweder deine Struktur war schlecht, deswegen hat er einen Fehler gemacht oder deine Mitarbeiterauswahl war schlecht, deswegen ist jemand, der einfach generell sehr viele Fehler macht, trotz Checklisten und du hast halt konsequent und nicht konsequent dann gehandelt dahinter. Diese Möglichkeiten gibt es am Ende. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, den hatte ich eben vergessen, dass es auch dieses Thema bekommt oder hat ein Mitarbeiter sozusagen Angst, auf den Deckel zu bekommen, wenn er einen Fehler macht oder weiß er, dass Fehler passieren können und dass wir die dann abstellen, weil im Endeffekt, klar, es kann mal irgendwas Dummes passieren, was jetzt auch irgendwo dokumentiert ist schon, das kann auch passieren, aber wenn zum Beispiel bei uns ein Fehler passiert, dann merken auch alle, ja okay, Mist, das war sozusagen ein blinder Fleck, den hatten wir so noch nicht gesehen, also müssen wir da noch besser werden an diesem Punkt und da versuchen das auszumerzen und es ist nicht so, ey, du hast hier einen Fehler gemacht. Und deswegen hat halt auch eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter keine Angst auf den Deckel zu bekommen, wenn Fehler gemacht werden, weil dann hat es nicht an der Person individuell gelegen in den allermeisten Fällen, sondern daran, dass irgendwas in den Abläufen, irgendwas in den Dokumenten, im Prozess nicht so gut war, dass es halt diesen Fehler verhindert hat und dementsprechend nehmen wir sozusagen immer als Firma die Schuld auf uns, statt das auf den Mitarbeiter sozusagen dann abzulegen, weil wenn der Fehler passiert, dann war es nicht gut genug von dem Grundsystem her. Ja, richtig. Nimm das einfach so für dich mit, aber du kannst das Fehlern lernen, Fehler machen die anderen auch, das heißt du, wenn du die nicht mehr machst, bist du einfach besser und nimm die Verantwortung komplett auf dich, so oder so. In dem Sinne, das ist glaube ich ein gutes Schlusswort. Ja, wie gesagt, viele dieser Dinge, die sind natürlich einfacher auch, wenn man jetzt in so einem Büroumfeld ist, wie wir jetzt, aber auch wir haben da viel Erfahrung mit unseren Partnerbetrieben gesammelt, die auch diese Prinzipien sozusagen bei sich im Betrieb einführen und auch nutzen. Klar wird man jetzt auf der Baustelle nicht immer zu jeder Zeit eine Checkliste zur Hand haben, das ist auch klar, aber ich denke, du konntest das Grundmindset verstehen. Dann, ja, wünsche ich dir Erfolg beim Umsetzen und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020